Äh, also Entschuldigung, Mr. König Würfel. Tja, ich weiß, dass das ein bisschen komisch ist, aber äh... Kann ich ein Autogramm von Ihnen haben? Ganz schlechter Zeitpunkt. Hey, hey! Ha! Oh! Ähm... Ihr seid ganz am anderen Ende. Oh, ihr habt gerade neuen dekoriert, was? Tja, ähm, wie... Also, Würfel, du kennst meinen Handlanger, oder? Hi. Äh, ich kenn ihn, ja. Er ist ein großer Fan deiner Show. Er verpasst keine einzige Folge. Ist das so, ja? Er hat mir gerade erzählt, dass du heute verloren hast. Zum allerersten Mal. Das, das kann ich erklären. Ruhe! Du hattest ihn doch schon in den Fingern, verdammt nochmal! Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Bitte gebt eurer Nummer 1 noch eine Chance, ja? Ja! Ab sofort bist du nicht mehr meine Nummer 1. Und deine kostbare kleine Show wirst du auch nicht mehr moderieren. Aber wenn ich sie nicht moderiere, wer denn dann? Meine Damen und Herren, unser heutiger Showmaster ist... Der Handlanger! Oh, hi! Zeit den Würfel zu! Oh! 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 Bis zum nächsten Mal.